Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 Showtime bzw. Legacy Challenge. Tabitha wacht jetzt gerade mal auf. Ja, macht das mal. Wie ihr gerade sehen könntet, Zane ist schon auf der Arbeit. Und Tabitha kümmert sich mal ein bisschen um das Baby. Und dann darf sie nochmal Waffeln essen. Und ich dachte mir, dass sie ja mal, ähm, ja, jetzt arbeitet er ja spät. Das heißt, dass wir gucken, wenn sie sich noch einen Gig holen können. Bis wann arbeitet er nochmal? Bis 5, okay. Und dann soll er nämlich bei dem kleinen Zuhause sein. Ach, wie sehe ich. Und dann kann sie sich nochmal für einen Gig bewerben und in der Zwischenzeit, beziehungsweise halt eine Audition machen. Und ich dachte mir, in der Zwischenzeit können wir eher diesen einen Wunsch erfüllen, mit Ariella Best Friends zu werden. Mit ihr soll sie sich auch noch anfreunden. Aber ich mache es erstmal mit Ariella, weil sie da noch den Wunsch hat. Vielleicht hätte ich den doch löschen sollen. Wo ist sie denn? Da. Dann soll sie sie nämlich mal nach Hause einladen. Ich meine, sie war ja gestern auch da, aber es hat ja direkt... Also es ist ja gegangen, die konnten sich ja nicht wirklich unterhalten. Ah. Sag mal, sie sind mit ihm auch schon befreundet? Ach ja, weil er hat... Nee. Okay, ich dachte schon. Nur mit ihr. Oh nein, ich möchte mir da mal den Stammbaum gerade angucken. So finde ich das irgendwie einfacher. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Familien... Äh... Dahin. Noch ein paar Familien, äh... Noch in der Stadt platzieren. Da mit. Oder halt auch einzelne Sims. Und gucken. Ähm... Und halt auch einzelne Sims. Und gucken, wer hier in der Stadt noch ist. Ähm... Ohne Partner, sag ich mal. Also jetzt zum Beispiel... Äh... Ihr Nachbar, der ist ja dann mit dieser alten Frau, glaube ich, zusammengekommen. Mit der Seniorin. Das möchte ich dann auch noch ändern, dass er auch noch eine jüngere Freundin bekommt. Dass sie eine Familie gründen können. Ähm... Einfach... Jetzt klingelt das Telefon. Sollen wir mal drangehen? Ja, komm. Äh... Answer Phone. Achso, nee, darauf habe ich irgendwie keine Lust. Nein. Dann... Oder soll sie sie erst... Ah, jetzt habe ich es natürlich weggeklickt. Doof. In white over. Ich hoffe, das klappt auch. Und dann Waffeln. Dass einfach genügend verschiedene Familien kommen, dass man einfach weiterkommt. Weil wenn wir jetzt zwei Familien haben oder zwei Paare, die ein Kind haben, dann kann man daraus noch ein... Äh... Äh... Dann kann die ein Paar werden, ein Kind bekommen. Und dann hat man drei Generationen. Und je mehr von dieser... In der ersten Generation... Ich... Ich gistikuliere gerade mit meinem Hinten, was nicht viel Sinn macht, weil ihr es nicht sehen könnt. Ähm... Aber... Nicht verstocken. Oh nein. Was hat die denn jetzt gesagt? Hat sie da jetzt schon angerufen? Ich glaube, der braucht eine Windel, oder? Ja. Dann kümmere dich doch mal um dein Baby. Aber dann... Je nachdem, wie viele Sims oder wie viele Paare in der ersten Generation sind, ist es so... Ich glaube, dass auf... Umso mehr Generationen kann man dann kommen. Äh... Glaube ich zumindest. Bin wirklich sicher. Und deswegen möchte ich einfach mal gucken, dass da einfach möglichst viele... viel Stammbaumaterial ist. Und ich werde wahrscheinlich auch mit den Generationen halt auch immer wieder neue Sims platzieren. Dass halt Geschwister und so dann auch einen Partner haben. Ich hoffe, dass man... Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Aber wenn sonst die Geschwister... Wenn ihr jetzt drei Familien oder vier Familien sind und dann sind die Geschwister aber auch mit dem... Also ihr habt... Was soll ich sagen? Das schwärzt ihr ja klein. Aber vielleicht versteht ihr ja auch, was ich meine. Wenn jetzt... Wenn man jetzt Familie oder Paar 1, 2, 3, 4 hat. Paar 2 und 3 kommt zusammen. Und dann kommen aber die Geschwister mit jeweils 1 und 4. Ich höre auf zu labern. Ich will einfach nochmal mehr Sims platzieren, dass ich hier auf hoffentlich sehr viele Generationen kommen kann. Ich weiß immer noch nicht, was da jetzt... Ob das jetzt funktioniert hat vorhin oder nicht. Deswegen klicke ich es jetzt nochmal an. Invite over. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt Schlafzimmer und Kinderzimmer und auch das Wohnzimmer noch nicht weiter eingerichtet. Ich glaube, ich werde das nach diesem Part machen. Mal schauen, ob ich es wirklich mache oder später erst. Aber... Ja, die Räume sind noch leer. Und... Oh, zwei Stunden noch. Okay, das heißt, sie hat um vier Feierabend. Dann kannst du dich aber das mal aufräumen. Obwohl sie kann ja dann alternativ... Schöp, 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 schöp. Ich pausiere nochmal ganz kurz. Wo ist sie denn jetzt? Genau, dann soll sie doch mal die Emily einladen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann das aufräumen. Oh ja, sie kommt. Okay, sehr gut. Oh, ist sie da schon? Da ist sie schon. Dann vergiss das mit dem Teller wegräumen. Bitte sie doch einfach mal reinzukommen. Ah, okay. Geht ihr mal rein? Sehr gut. Du darfst deiner Frau noch einen Kuss geben und dann ins Bett. Wisst ihr was? Weil ich möchte tatsächlich noch, dass sie ein Gig macht. Äh... Und das hängt so dermaßen. Ich benutze jetzt doch den Relativity-Mod. Ich wollte es ja erstmal vermeiden, aber... Mir hängt das Spiel zu sehr. Also, was der Relativity-Mod macht, ist, dass die Zeit halt nicht ganz so schnell, ähm... Rum geht. Also, eine, äh... Sims-Minute ist dann nicht, keine Ahnung, eine Sekunde, sondern drei, zum Beispiel. Okay, und dann lernen sie doch mal kennen. Achso. Weil er da jetzt in den Weg kam. Naja, okay. Ah. Wie süß. Okay, und dann darf er jetzt nicht aufschlafen gehen. Und ich mach die Wände wieder runter. Ach, jetzt hat er Hunger. Zane, mach das nochmal, bitte. Ähm... Gib ihm mal die Flasche. Und dann kuschel ihn doch mal. Und dann darfst du auch ins Bett. Ich will, dass sie sich mit ihr ein bisschen anfreundet. Zumindest, dass sie Freunde sind. Und... Da halte ich doch mal. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen tratschen. Ah, das ist das erste Mal. Oh. Das sehen Baby Keith halt. Und der steht in der... Im Kinderbettchen drinnen. Ah. Wollen wir mal was für das? Das können wir ja nochmal einloggen. Okay, und wenn die beiden befreundet sind... Die müssen noch nicht gute Freunde sein. Einfach nur, dass da Friend steht. Dann soll Tabitha sich nochmal für ein Gig... Also eine Audition für ein Gig machen. Hat Emily jetzt eigentlich so eine Tochter bekommen, das hätte ich gar nicht mitbekommen. Beziehungsweise, ich habe es schon mitbekommen. Ich habe nur nicht drauf geachtet. Ähm... Family Tree... Eine Tochter, die hat drei Mädchen. Wow. Ich finde das ganz schön selten, sowas. Also... Jetzt nicht unbedingt in der Realität, aber... Bei Sims. Ich habe das Gefühl, dass das da sonst eher... Durchmischt ist. Ich glaube, ich hatte das... Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich schon mal... Doch. Bei einem... Bei einem Spiel hatte ich das tatsächlich bei der McCoy-Family. Ähm... Das ist für mich ja auch so ein Legacy-Spiel. Auch wenn ich da nicht wirklich die Legacy-Challenge gespielt habe. Aber auch auf mehrere Generationen. Und ich habe ja... Ich habe die Familie, glaube ich, schon mal erwähnt. Und in der ersten Generation haben die dreimal Zwillinge bekommen. Zweimal zwei Jungs. Und das dritte Zwillingspaar war dann Junge und Mädchen. Ich habe den einen Jungen dann gelöscht. Also... Man kann ja dann auf Total Annulation oder irgendwie so... Wie heißt, spricht man das aus? Keine Ahnung. Weil ich das dann doch irgendwie ein bisschen doof fand, dass die dreimal andere Zwillinge bekommen. Ähm... Deswegen... Der wird dann auch im Stammbaum nicht mehr angezeigt. Ah, die hatten dann tatsächlich vier Jungs. Und auch sonst. Alle Erstgeborenen in dieser Familie waren Jungs. Warum ist er wach? Achso, er hat Geburtstag. Oh nein. Nein. Und Zayn, danach darfst du auch nochmal schlafen. Oh nein, jetzt hat sich bei den beiden leider auch die Interaktion abgebrochen. Zayn, dann ist er jetzt auch in den Raum reingegangen. Ne, die steht da noch. Der ist das egal. Aber die geht einfach in ein fremdes Schlafzimmer. Auch so gut. Äh, dann ruf sie aber mal rüber. Weil ihr wollt euch ja nicht hier im Schlafzimmer unterhalten. Wisst ihr was? Ich möchte, dass sie am nächsten Tag einen Gig hat. Deswegen werde ich sie jetzt doch mal... Warte mal, wo war die Live-Show? War das hier? Hoi, poi. Doch, das war das Größte, oder? So mit dem... Also nicht die Live-Show, aber diese Big-Show... Ja, Big-Show-Venue. Okay. Dann geh einfach. Lass sie ruhig da. Oh nein, er hat diese Frisur bekommen. Receive Flowers. Äh, nee. Kannst einfach schlafen gehen und ich ändere ihm mal schnell die Frisur. Okay, ich habe ihm jetzt mal eine andere Frisur gegeben. Und mir kam jetzt gerade beim Umstyling auch der Gedanke, dass er eventuell in die Midlife-Crisis kommen könnte. Ich hoffe es jetzt irgendwie nicht. Manchmal dauert, dass sie so ein bisschen bis sie kommt. Weil dann haben die auch den Wunsch, sich die Frisur zu ändern. Ich habe da eher Angst, weil sie dann auch immer den Wunsch äußern, sich scheiden zu lassen. Ich meine, ich kann ihn ignorieren, aber ich finde... Ich weiß nicht, bei dem wird es schon fast Sinn machen. Hat das jetzt funktioniert? Habe ich das jetzt verpasst? Ah ja, da kommt jemand. Äh. Oder schon voll Geek. Für den letzten wurde sie ja leider nicht bezahlt. Jetzt hat sie ihre Akrobatik-Sachen nicht angezogen automatisch. Aber jetzt ist halt auch Winter. Vielleicht, glaube ich, beim letzten Mal was noch Herbst. Oh. Hat das... Was los? Oh nein! Ihre erste Absage. Ich meine, sie hat da ja auch schon performt. Oh nein! Warum kann sie das jetzt nicht machen? Achso, sie hat da schon einen. Wer macht das halt? Wow! Ihre erste Absage. Sie hat zwei Steady-Gigs. Achso, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken, wie ihr Level gerade ist. Sieben. Okay. Ist sie neun oder acht? Neun. Hey, sie ist fast bei Level zehn. Oh, guck mal, Emily hatte jetzt auch Geburtstag. Ist sie überhaupt noch bei ihr zu Hause? Nee, sie ist gegangen. Okay. Liegt es vielleicht daran, dass sie ihre Akrobatik-Outfit nicht anhat? Nee, das hat sie aber letztes Mal glücklich auch nicht, oder? Hat sie das sonst gemacht? Und? Ist das ein Applaus? Aber auch eine Absage. Was ist denn hier auf einmal los? Oh nein! Da muss sie aber noch ein bisschen üben. Ich glaube nicht, dass sie es zu einer anderen Location noch schafft, oder? Sollen wir es trotzdem mal versuchen? Sollen wir es einfach hier nochmal versuchen? Hm, vielleicht schafft sie es ja noch vor Mitternacht. Oder nee, sie ist auch schon müde. Komm, geh nach Hause. Oh nein! Na, also das war ja mal ein Reinfall. Warte mal! Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre ihre Zukunft, ihre beste Freundin. Na gut, dann geh nach Hause. Egal, okay, das war jetzt ein Reinfall. Ich werde das Video jetzt hier aber auch beenden. Sie soll es einfach... Also, versuchen wir es mal im nächsten Video nochmal. Da hat er es ja eh Samstag dann, genau. Dann hat er ja eh frei und dann kann er den ganzen Tag auf den Kleinen aufpassen, während sie... Wie weit ist er eigentlich in seiner Karriere gekommen? Okay, fast. Da muss er nicht von zu Hause aus arbeiten. Aber dann kann sie sich halt nochmal für Trinkgeld performen und nochmal Auditions machen und mal gucken, ob sie da was bekommt. Beziehungsweise für Sonntag? Nee, für Montag hat sie was. Für Sonntag braucht sie noch. Und dann versuchen wir es im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich sehe euch da. Tschüss! Tschüss! Spannende Musik